Wenn ich eine Sushi-Rolle mache, benutze ich so wenig Wasser wie möglich, weil je mehr Wasser du verwendest, desto mehr verwässert der Reis und dadurch kann schon passieren, dass du die Sushi-Rolle nicht zubekommst, weil einfach dann einfach das Klebematerial vom Reis dann nicht mehr funktioniert. Und viele machen auch den Fehler bei einer Hostel-Marke, also sprich bei einer kleinen Rolle, dass man das Nori-Blatt mit Wasser bewässert oder nass macht, um dann die Sushi-Rolle zu befestigen oder dass es hält. Das ist aber auch ein großer Fehler, weil im Endeffekt das Nori-Blatt so viel Wasser vom Reis entziehen kann, dass du eigentlich kein Wasser benötigen solltest oder brauchst. Das und vieles mehr findest du auf siebenhaum.com.